Jetzt gehen wir erstmal wieder ein bisschen einräumen. Oh ja, gut. Ja, ja. Hm. Oh, das ist nochmal so. Und so. Die Tür kann ruhig aufbleiben. Tja. Und Ruhe einräumen. Während die Nimbus Cloud, bzw. die Nimbus Rod, unsere Arbeit macht. Oder auch nicht. Und wir einfach den Fall krebschen. Genau so und nicht anders. Jetzt aber. Die Getränke. Entschuldigung. Die Getränke. Die Getränke. Die Getränke ist ein Getränke. So, so, so. Machen wir das halt manuell einräumen. Statt irgendwie 10.000 Mal versuchen, Fixed-Stacks zu benutzen. Hier kommen wir. Fixed-Stacks. Ach, Globus-Fleck. Auch eine Art hier, Dings zu farm. Pixi-Staub. Ach, wie kriegt sie das? Ja. Komisch. Warum geht das denn vorhin nicht? Na egal. Aha, da ist ein Clown. Hinten. Und rum. Hantieren. Gut, das hätten wir. Ja. Da weiß ich auch schon wieder, wie. Never. Whatever. Never. What the hell. Heftig. Hinten. Hier wo ich... Hinten. Hinten. Was könnten wir jetzt machen? Ja, muss ich mal gerade überlegen. Mal kurz das Mikrofon muten. So, kurz laufende Nase geputzt. Da bin ich einmal wieder. So, ja, gut, dann mache ich das. Mir fällt gerade nichts ein, was ich machen könnte als nächstes. Mache ich das, genau. Was ist das? Einfach nur das. Ja, Unicorn Hall. Das können wir später alles einsortieren. Cloud Wall. Ring Cloud. Warum nicht Cloud? Ja. Wird noch den angebrochenen Stack nehmen können. Reicht dicke, ja. Doch, es geht ausnahmsweise mal wirklich nur mal fix und so. Oh. Jetzt nicht den Piss essen damit ich und so. Scroll the guide. Ach der Guide ist auch mal wieder verreckt. Ja, wenn es ihm Spaß macht. Äh. 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 Mist, Mist. Äh. Was wollte ich jetzt? Ah ja. Äh. Wolkenmatsch. Mitchmatsch. Ja, dann nehmen wir ihn doch einfach mal. So, gut. Der Guide ist wieder da. Unser Dauertoter. Ach ne, ich wollte den Guide mal gucken. Ist er da in der Wohnung auch wirklich drin? Ne, jetzt aber. Ups. Ja. Gut. Ja. Ich will das Gras da unten weg haben. So, mach ich jetzt die Wolken größer. Ich mach sie einfach nur größer erstmal. Ich wollte die, eigentlich wollte ich so ein Erdwald drüberlaufen, rüber machen, laufen tun lassen. Nein, drüber machen. Aber, nö. Es muss nicht sein. Ich mach sie einfach nur ein bisschen größer. Ich mach sie schnell. Müssen wir nicht wieder in 2,4,4,5 Flecken aufmachen. Ach, wenn mal eben kurz ist, aber. Ich stehe vor 2 Stunden rumhanteln für den Teleport in den Dschungel. Oh ja. Ich find's. Cool. Das wir einen haben, wollte ich sagen. Ja. Ah, der ist auch mal wieder verreckt. Verstorben, wollte ich sagen. Verreckt. Gestorben. Wie auch immer. Äh. So. Ja, genau. Natürlich geht das nicht. Warum auch immer. Warum nicht. Oder doch. Oder warum auch immer. Da. Hm. Reicht. Boah. Fällt der Trottel da runter. Ey, ich hasse sowas. Wollte ich jetzt eingraben oder wie? Blöde NPCs. Ja. Mann. So. Hallo. 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 Mann. 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 Danke. Peni. Mann. Mann. sowas komische logik aber ist halt so gut ja passt jetzt noch da drunter bauen ja gut das wollte ich jetzt eigentlich machen um die zeit zu überbrücken bis es wieder nacht ist zum zerstörer gut mache ich halt jetzt auch nicht so schalim wo ich es halt jetzt nach will ich damit sagen ach darunter ist er gelandet so das geht jetzt hoffentlich schneller gleich ich wollte halt so die zeit überbrücken bis zum zerstörer kill und terra blade bau und bla ja eine fledermaus man stirbt doch einfach bei der kristall in der wand deren steckt levi mega ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Achja, das wollte ich auch noch mal umsortieren. Na gut, kann ich gleich mal. Der Giant Booga! So in etwa. Ich muss nicht exakt genau nachgebaut werden. So in etwa, dass der Leich ist. Und der Stuhl. Der Stuhl. Rechts. Jetzt fixe ich das sowieso schon. Trotzdem so genau. Obwohl ich es geile gesagt habe, ich brauch es nicht. Egal, so komm. Hier, Rainer mit dir. Passt. Gut. Aufnahmedauer. Oh, 40 Minuten bummel ich. Räumen wir noch mal ein. Achja, das wollen wir mal gucken. Wahrscheinlich geht es jetzt noch nicht. Stichwort. Nö. Das kriegen wir auch noch hin. Das können wir später mal probieren. Wie das genau ist. Notfalls versetzt werden wir fix in den Dschungel. Das ist ja eine Sache von ein paar Klicks. Manchmal schließe ich den Rechtsklick auf den Teleporter in den Dschungel, wollte ich damit sagen. mal gehen. Äh. Okay. Äh. Äh. Wieso geht er jetzt da rein? Vorher war es kein Valid Housing. Ich würde es nicht verstehen. Ich muss es nicht verstehen. Es ist... Keine Ahnung. Fehler in der Matrix. Ja, ja. Blablabla. Ah, das könnte ich auch fix machen gleich. Äh. Wer kann da oben wieder hin? Mal Stone Block. Ne. Ich glaube das war... Hier. So. Kommt rein damit. So. Und zwar kann ich gleich machen. Erstmal... Ahja. Es ist Vanity hier. Da haben wir sicherlich schon eine. Aber gut. Erstmal müssen wir finden wo wir es reingepackt haben. Da. So. Die Kiste ist voll. Ah. 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 doch Die Reihenfolge ist ein bisschen durcheinander, aber ja, das will ich jetzt nicht informatieren. Äh, da können wir die Twins rufen. Bloot all. Deposit all. Bloot all. Deposit all ist es nackt geworden. Gut, gut, das ist das. Äh, ja, doch, doch, Moment, Moment, nicht vergessen, das Zeugs wiederholen. Gut, ordentlich. Das Masterful, was ist das Waterpool, genau. Äh, Moment, das wollte ich noch mal machen. Kann gleich da rein. Der kommt jetzt da rein und bleibt da wohl auch drin. Weil ich denke mal, diese Reindeer Antlers behalte ich so als mein Standard Social Gear. Jetzt und für immer. Und genauso wie die Flügel. Hm, ja. Unicorn Horn. Ich kann auch noch mal irgendwo depositieren. Äh, zum Beispiel da drin. Äh, nur das behalte ich jetzt an. Nicht als hier Weihnachtsgier praktisch, sondern als gehört zum Charakter dazu. Und hat mit Weihnachts nichts zu tun, so nach dem Motto. So, ja. Ich hab ja designt und so, ne? Und... Hast du nicht gesehen? So. Joa. Gut, wir haben ein bisschen was geschafft. Hier haben wir unser Terra Blade. Ah, das wollte ich auch noch mal machen. Ich will die Aufnahme langsam beenden, wollte ich grad sagen. Aber wir können auch zwei Folgen machen. So, fangen wir mal an. Goldenschauer kommt hier hin. Das kommt da hin. Äh. Jut. Bissi unsortiert. Meier Cutter, Blue Ranch. So. Wutsch. Hm, ja. Jutiii. Joa. Ich hab das jetzt noch schnell umsortiert. Was ich irgendwie die ganze... schon seit Ewigkeit machen wollte. Eigentlich von Anfang an schon. Bevor wir den Zerstörer rufen. Oder Anfang der Aufnahme. Mag ich es jetzt. Weil ich irgendwie immer vergesse, was ich ja nicht wollte. Naja, gut. Passiert halt. Warum das irgendwie als nicht valid housing zählte, ist mir ehrlich gesagt sehr schleierhaft. Aber ich weiß... Die Fenster sind dunkel. Weil es ein Jutrund war. Weil... Ach, was weiß ich. Ist doch jetzt wurscht. Brauch ich jetzt nicht noch mal eine Stunde rund. Und... Ah, das kann ich auch noch fix machen. So, wenn schon, dann... Ja... Ach, ich hasse das, dass diese Blumen so schnell dazwischen wachsen. Mhm. So... So... Und irgendwie habe ich das komische Bedürfnis gerade Knochen zu verbuddeln. Wo waren die Knochis? Da sind die Knochis. Hm... Lecker, lecker Knochen. Verbuddeln. Keine Ahnung wieso. Hm... Komm, weg damit. So... Upsa... So... Verbuddelt. Bisschen Dreck drauf. Pass. Ja... Gut, okay. So... Und jetzt würde ich aber was anderes verbuddeln. Und zwar die... Moonblow in die Kiste. Äh... So an diese... Aha. Voll. Hm. So. Hat sich ja gelohnt. Gut. Mit dieser... Handlung. Ja... Wir enden hier die Aufnahme. Der Mario hängt immer nach hier rum. Gut, dann schicken wir ihn mal gucken wo wir ihn reintacken. Da 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 da. Ich muss irgendwann mal auch mal ne neue Hütte bauen für... Weiter ein bisschen. So. Hm... Der Guide in meiner Brüde. Ja. Der Guide ja irgendwie immer komischer weil er einen anderen Namen hat. Hahaha. So. Dann müsste ich gleich verschwinden. Ja. Und... Einen Blick nochmal auf den... Dingensinn. Ich bin noch ein bisschen mit dem... Terra Blade bei. Rumhumpeln. So Screenshot-technisch. Gut, reicht. Ähm... Jut. Okay. Jo. Das war's dann mit dieser Aufnahme. Let's Play Terraria. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich lass mir aber schon Zeit zu überlegen was ich mach. Vielleicht mach ich auch schon nächste Folge da einfach mal so Dreckwall rüber. Damit das vielleicht endlich mal klappt. Dass es auch... Die Wolke als Dunkelwolke zählt. Um nicht lang und keinen Nerv mehr die immer so weiter zu vergrößern. Wie auch immer was wir machen. Plantera muss noch geplättet werden. Die Twins müssen noch geplättet werden. Der Elektron Fly... Lime Prime muss noch geplättet werden. Es gibt viele Sachen die über basteln können fallen. Aufwendige Arena. Es gibt noch den Lizard Tempel den man besuchen kann. Und 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 und. Ich denke wir werden noch viele viele Folgen Spaß haben. Oder zumindest ich. Ich weiß nicht ob ihr Spaß habt ihr zuzugucken. Das müsst ihr mir sagen. Ja. Machen wir kurz. Schauen wir mal was wir machen beim nächsten Mal. Ich sag einfach mal. Bis denn dann.